Herzlich willkommen heute aus Seifen hier zur großen Pflanzaktion 700 Bäume für 700 Jahre Seifen. Ganz herzliches Glück auf. Ich darf hier alle ganz herzlich begrüßen, freue mich, dass unsere Einladung so zahlreich Folge geleistet wurde. Ich freue mich auch, dass aus den umliegenden Gemeinden ich hier Leute mitgesehen habe. Das ist eine ganz tolle Sache. Hier diese Aktion heute ist entstanden, dadurch, dass der Jens Walter an mich herangetreten ist, der stellvertretende Bürgermeister von Seifen und hat gefragt, ob wir eine Pflanzaktion hier draußen machen können. Und dann hatten wir uns mit der Denkstadt getroffen und da war die Idee geboren, dass wir anlässlich 700 Jahre Seifen hier draußen 700 Bäume pflanzen. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie, was, wo wir was pflanzen können. Und da sind wir auf die Idee gekommen, 700 Weißtannen zu pflanzen. Und wichtig ist, dass die halt wirklich tiefen, dass man so einen Abstand hat. Hier kommt eine Eberesche, also der Wald ist schon da. Hier kommt ein junger Ahorn, hier vorne kommt auch ein junger Ahorn. Und das wollen wir sich entwickeln lassen, dass wir hier schon, da könnt ihr loslegen. Rolf-Dieter Zieten aus Eberswalde, vor vier Stunden noch auf der Autobahn gewesen und jetzt schon hier bei uns in Seifen. Was ist dein Anliegen hier zu diesem Aktionstag? Also erstmal Glück auf von der Seifen. Ich sage mal, meine Frau Silvia und ich sind bekennende Seifenfans. Und es ist uns einfach ein Anliegen, hier auch mal der Gemeinde was zurückzugeben. Wir haben im Laufe der letzten Jahre unsere vielen Besuche hier, viele Freundschaften, private Kontakte hier knüpft. Und wir kommen immer sehr gerne hierher und uns ist es eben auch ein Anliegen, mal etwas zurückzugeben. Ich bin Botschafterin für den ganzen sächsischen Wald. Ich freue mich sehr, heute in Seifen sein zu dürfen und an der Pflanzaktion teilzunehmen. Das ist das Mittel schlechthin, womit wir Menschen begeistern können für den Wald. Und es ist sehr wichtig. Der deutsche Wald und der sächsische Wald braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Es ist vielen Herausforderungen gegenübergestellt. Und mit Pflanzen können wir einfach einen Beitrag dazu leisten, dass es dem Wald besser geht. Wir wollen mit Hilfe des Waldumbaus aktiv klimastabile Wälder erzielen. Und das ist heute unser Ziel. Ich bin sehr froh, dass wir das hier starten konnten. Die Idee ist maßgeblich in der Denkstadt entstanden. Der Sachsenforst, vor allem in Gestalt von Herrn Bader, dem Revierförster hier, hat sich mit eingeklinkt. Chemnitz 25 hat sich mit eingeklinkt. Und auch die Gemeinde hat ein bisschen was dazu getan. Und so ist das insgesamt rund um eine gute Aktion geworden im Rahmen unserer anstehenden 700-Jahr-Feier, auf die wir damit auch ein bisschen hinweisen wollen. Ich begrüße erstmal die Vertreter der Denkstadt Erzgebirge als Mitinitiator dieser großen Pflanzaktion. Vielleicht ist es möglich, mal den Zuschauern einiges darüber zu erzählen. Seifen wird dieses Jahr 700 Jahre alt. Und in dem Zuge war es ein Gedanke, das Jubiläum eben so zu feiern, dass wir hier in Seifen 700 Bäume pflanzen. 700 Bäume für 700 Jahre Seifen. Der Ideengeber und Initiator war einer unserer letzten Stipendiaten, Tobias Dübler. Stipendiaten heißt wir in der Denkstadt, wir haben so ein Stipendienprogramm, wo wir Leute einladen, zu uns zu kommen, in der Werkstatt eigene Projekte zu realisieren. Und die Idee fanden alle sofort super. Und genau, da haben wir uns hier engagiert, also insbesondere Regenia ist ja engagiert, dass das hier stattfinden kann. Sandra, gestern aus Wernigerode angereist, heute hier zum großen Bäume pflanzen. Warum machst du das? Weil ich Mitglied im Förderverein des Spielzeugmuseums bin und ich liebe das Erzgebirge. Und deshalb bin ich hier das Wochenende und helfe mit Bäume zu pflanzen. Baum rein, Erde andrücken, fertig ist der Lack. Und dann hoffen wir, dass er natürlich gut anwächst. Und dann hoffen wir, dass er noch nicht so gut anwächst.